Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. So, ich habe es jetzt mal geschafft ein Texturenpaket heranzuholen und zwar ist es das Dantilon Texturenpaket, ich denke mal das kennen welche, wer es nicht kennt, da guckt einfach mal bei, ähm, Dings auf dem Channel, ich erkenne denfalls nicht, weil das so schön ist, ach das ist ein Eimer, da habe ich schon nie gesehen. Geht mal zu, ähm, wie heißen der YouTube, zu, zu Dings auf dem Channel, würde ich gerade sagen, zu, ich komme nicht drauf, na hier zum, Herr Bergmann, ja Herr Bergmann, wir haben letztes Mal hier schon das zu gemacht, und dann habe ich mir gerade überlegt, wir könnten hier das alles, offen lassen mit, ich will es einfach mal zu machen, dann, 6 Eimer, super, ich muss jetzt erstmal hier dran gewöhnen, die neuen Texturen, so spiele ich schon mal mit meiner, also ich spiele auf verschiedenen Versionen, und 1.5.2 spiele ich auch scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ja, das spiele ich auch schon mal mit meiner Kraft, oder mit Sparks in der Version halt, Sparks ist nicht echt artig so finde ich, ja schade, ich habe es ja, es hat anscheinend Dings hier etwas modifiziert, ähm, Herr Bergmann, weil ich fand, Herr Bergmann sei etwas, wie der das immer hat, das sieht immer schön aus, das sieht scheiße aus, hier hat es nur so Dings, aber naja, ach ja, ich habe alles mal mit Hektik, gemacht, dass uns das Essen ausgeht, wenn es geht, ja, so, und es stimmt auch, dass uns das Essen ausgeht, ich mache es so schnell, wie es geht, die Spitze, äh, die Spitze, hab ich gerade gesagt, deswegen mache ich so schnell, wie es geht, die Dings hier fertig, es ist natürlich, dass es hier in Lava immer fehlt, ne, wenn wir auch erstmal durch müssen, geht erstmal nicht anders, 1, 2, ja, ich muss da schon 3, wir sollten uns irgendwo nur eine endliche Quelle hinmachen, aber ist mir erst mal egal, ist mir egal, ist mir egal, ja, heute auch wieder mit Musik im Hintergrund, letztes Mal, also bei mir gestern, hatten wir keine Musik im Hintergrund leider, ging nicht anders, okay, es ging anders, auch schon, ich habe meine Externe gerade in dem Moment mit dran, das ist nun, naja, ich kann, du vielleicht nachschneiden, ich habe ja nicht, ich habe ja schon hochgeladenen Teil, naja, und beim Speedteil, da habe ich ja schon ganz schön für Musik verschossen, die ist von dem Ingo-Dash, das ist unten mal mit in der Beschreibung verlinkt, da können wir einfach mal reingucken und tut es einfach mal mit Neidingsen, ja, hier muss ich raus, da hat was nicht hin, okay, so egal, solange der häckselt, da langt mir das, das sieht ja schon mal richtig aus, wieso mache ich das wieder weg, ja, weil ich da hinten, das war so vergessen habe, und ich habe doch noch zugewerfer einmal mit, so, ich weiß nicht, ob ich das Texturienpaket mal mit in der Beschreibung stecke, ich werde es bestimmt vergessen und da werde ich sie mitmachen, ja, okay, ich könnte es nur sehen, einen Teil, naja, mal sehen, wie ich es mache, ich will es ja alles auf dem Desktop speichern, da, dass ich jeden Tag kann ich hochladen muss, da kann man das schon anordnen, wenn man es jetzt in Ordnung rein macht, du tut es ja nach Datum ordnen, und das will ich halt nicht, weil ich das in der Reihenfolge habe, wie ich hochlad, also ich tue es ja nach Datum hochladen, trotzdem, aber, da kann ich mir das so hin und her schieben, dass ich sehe, was ich schon hochgeladen habe, und was, ne, das ist ja meist, das ist ja wie das, meist nehmen wir halt so mit Raster, das ist wie ein, wie ein Raster ist, ringsum dort in die Raster, in das Raster kann, die, können die Ordnung, die ganzen Teile, alles nein, und, da kann man mal, im Zwischenraum frei lassen, von dem Raster und macht wieder eine Reihe, und das mache ich immer, das ist Raster, wie es senkrecht ist, ne, das ist schwer zu beschreiben, wie ich das mache, das ist ja zähne, das kleine Dandelion, das Video Kartmüll rumspacken, so lange nehmen wir auch 5 Minuten schon, wir waren schon ins Jahr produktiv, ne, jetzt echt mal, jetzt lang das Glas, ne, und zwar genau die Zwiefeiler, die wir hier weggerissen haben, ein Neckelzucker perfekt auf, und jetzt fällt mal was ein, da müssen wir auch noch hin, ich schreibe es einfach mal das hier ab, wir füllen das dann später nochmal aus, ich hoffe, wir haben noch ein Glas da, ich glaube es eher nicht, ach der Bruchstein sieht da geil aus, und dann vielleicht noch mal die Raster, wenn wir die Raster. dass wenn das fertig ist auch nähe das hätte jetzt echt nicht sein müssen alles so sprengt 1234 vor allem das war heftig das ist das jahr alter glaubst du glaubst du es macht die schreck hier mein zölk liegt bisher drüben guck mal liegt auch noch alter nie noch mal gott sei dank hat man keine rüstung die erste echt tun schaut guck mal haben wir noch viel anderes sind natürlich ja in löschen löschen fertig fertig boah alter ich muss jetzt mal als default rein und ich kenne nämlich nichts mehr so ich glaube da hole ich mir mal lieber ist mieser ach man das hätte ich sein müssen wenn ich noch mal ne aufgepasst habe aber schon so dumm zum kacken 234 mhm ich habe so einen einzelnen scheiß im inventar ich habe schon gedacht die eine crafting table wäre endlich weg ne da steht er hier so jetzt müssen wir erstmal klaus holen wow es war nur eins auch mensch ehe junge menschens haben wir keinen hunger mehr flucht 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 auf der map oben sieht man wie es zöchern uns her macht ha da schlafen erstmal nacht drüber was standen da im chat kooper vulkan wurde durch clieber in die luft gesprengt ich hätte das eigentlich so gerne mal mit dem anderen ressourcen pack holt dagegen ist nämlich all der cubi ist boom das ding besser oh ne 11 klaus nur ach hier haben wir noch mal 18 ja da kann gerade so hinkommen aber ein wolle haben wir ne und kein essen so haben wir erstmal alles wir haben wieder glas wir haben steine wir haben wasser 3 4 äh 1 2 3 4 4 5 5 4 5 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 6 5 5 7 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 6 5 4 5 5 5 die lauer ist noch da 1 2 3 4 5 6 7 also es noch mal überlegt ist es achte spät überlegt so hier 1 2 3 4 5 6 7 scheint auch in seiner und komischerweise komischerweise scheint das irgendwie auch aber es hätte ich nicht sein müssen dass wir es noch mal sterben hallo jetzt fertig und tut mir leid dass ich noch mal hier in links geschaltet habe in friedlich das hat mir bis jetzt ja eigentlich nie aber anders hilft näher ihr habt es da oben gesehen ich habe das idee alter das ist ein mädchen übertrieben muss ich echt sagen ich habe gerade auf der aufnahme zeigt gucken wird schon halten den fortbekommen das haben wir es jetzt heißt teils zu 2 3 4 5 6 7 8 die sind wieder acht wenn das anders bei uns und das ding von anfang an ich kann da eine bessere methode und runden vier ecken erst mal runter und dann wir haben es halt am anfang gleich verkackt wo mir wo wir das ding gemacht haben muss erst mal durchgucken ob alles funktioniert ob alles produktionsgemäß ist und deshalb stößt was hier natürlich nicht stehen tausend Jahre Pfandflaschen aber keine volle und wir reden so viel trinken ja denke ich mal ich weiß es nicht es kommt nicht von mir und jetzt kommt vielleicht doch von mir ach halt doch dein Maul er steht schon lernt oder wie ich habe jetzt schon echt keine nerven mehr so schluss auf und tschüss